Warten, du kennst das Eisenerz. Ja, weil ich da unten verreckt ist das hier. Das wär schon so schade. Hast du noch irgendwas bei? Willst du noch ein Schwert haben oder sowas? Ich hab ein Schwert bei, alles. Ich will da unten nur kurz alt sichern. Gut, dann ne ich erstmal alt wegbringen. Warte mal, du hast ja hier oben eine Werkwand gebaut. Schön. Jetzt müsste das funktionieren. Tatsache, keine Steine mehr. Eigentlich schon ausreichend. Hä? Nun? Ist der nicht so? Alter, mein Hund schnarcht sich gerade übelst innerhalb. Trafik jetzt überhaupt nicht. Was machst du denn jetzt eigentlich gerade? Wer, meiner einer? Ja. Immer noch die Fressfarm bauen. Immer noch. Irgendwie was haut hier nicht richtig hin? Jetzt muss ich kurz überlegen. Wo muss ich denn die Hütte denn hier jetzt wieder weg? Hütte, müsste eigentlich nur zur Seite gehen und mich dann runtertreiben lassen. Ich raffe jetzt nicht. So, hier bin ich. Da halt ich mich oder was? Ein bisschen. Das heißt ja Klappe halten ne. Das heißt ja, Klappe halten, ne. schon mal da und was du gerade alle da und ja muss ich gern lieber muss ich war da sonst glatt bei dir doch mal schießt das beschießt dich die hütterin weiß ich muss doch auch nicht so können wir sein fall sagt jetzt kommt die raus wo jungs ich gehe mal ganz kurz in die qualm war ich bin der inner ich kann mal kurz mal umgucken der hat nur 3 breite das muss doch normalerweise 5 breit sein das wasser hier oben freilassen warte mal warte mal ja falsch gemacht hast du langsam hinbekommen ein Schaf ohr ne Stefan ist ich bloß hier verpiss dich alle aber wie kommt denn die KMZ hinterher ohr ey muss es sein verpiss dich von meintem bauten Zeug immer ohr ey das kann ja nicht wahr sein du hast da ein Schaf alles wegebombt ja das hat ein Schaf das Schaf sein ich will mir auch sagen dass durch dich hier wieder alle wegebombt wurde ohne Witz ohne Witz die Hälfte wieder wegebombt hier kann nicht wahr sein achja jetzt kann nicht wahr sein mit dir ohne Witz alter du freust dich ja schön ich bin klar ein Gimpel ey so muss es sein ey wie ich bloß kann nicht wahr sein die Hälfte weggebombt ach warum funktioniert das hier nicht hier ab real macht auch keinen Unterschied wenn der hat nur 3 gebreitest muss da noch einen weiter geht an 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 Was aber hier unten ist. Warum haut das nicht hin? Lolllolll. Oh. 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 lolol Kauyo Buche Keine Ohne G Ach Jetzt Funktionierts oder wut? Ehe eine Reihe mehr gemacht und es funktioniert? Ist ja Gey Ist ja echt Gey Soll, mit der 6er Reihe zum Schluss. Okay, läuft doch. Tja, bisschen mit Startspieligkeit, aber es funktioniert. Geile Schiet, Juhl. Ja, siehst du, hat es hinbekommen. Ja, hat es hinbekommen. Wie erwartet. Klappe halten. User in your channel timed out. Oh! Da hat einer gerade... Ja, Dustin ist raus. Wieso das? Wie lange... ...weck war? Nee. Ist da noch ein Spiel drin? Äh... In der Hütte steht da rum. Ja, ne, da steht hier draußen. Was ist da drin? Ja, lol. Was waren die jetzt gerade? Du bist da rausgetappt, bestimmt. Aber du bist ja noch drin im Spiel, ne? Ist bestimmt einfach noch rausgeflogen. So, Selma, willst du ja mal gucken kommen, die Stimmen gerade, oder? Ich darf das mir nicht angucken. Nee, du darfst das dir nicht mehr angucken. Du kannst in den Arsch gehen, Alter. Ja, kaum steht er hier, weißt? Kaum steht olle Stefan hier. Komm! Komm, Kriber bombt erstmal die halbe Wand weg. Hast du ihn? 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 Ich mag raus, Elizabeth? Ja, er kommt mit wahrscheinlich nachher und wieder. Hast du ihn wieder ange SALT? Das als hätte ich schon generell? He- Ist der kundig? Oh, was ist denn so? Was ist denn da? Was ist denn so ganz komisch? Nun? Was ist denn das für ne... Warum ist denn er jetzt schon wieder raus und warum kommt er nicht wieder rein? Muss was neu geallt eigentlich wahrscheinlich Schreibst du mal ne Nachricht? Ja mach ich Wir pflanzen in der Zeit schon mal dann Unsere Farben Die wir fertig gebaut haben Er hat so ne komischen Geräusche nochmal Jetzt ist er wieder drinnen Hallo? Alter was ist denn jetzt los? Ich glaub das liegt an meinem scheiß Laptop Hört ihr mich jetzt? Ja ja jetzt hören wir dich Hallo? Ist jetzt wieder weg Was ist denn jetzt los? Ja da geht gleich wer raus So jetzt baut man das an Alles was geht Versuchen wir mal alles was geht anzubauen Hier irgendwo Hake Hake hallo Hake Hake User in your channel timed out Hake χ Das ist das Internet halt. Oh mein Gott. Das ist halt so. Wir können ja Unbild-Helllicht einfach mal weitermachen so lange. Ja. Oh, Zombie! So lange das Feld beackern hier. Er ist auf jeden Fall noch in-game. Er ist immer noch am Spieltor, oder? Er steht da ein bisschen doof rum, wenn man nicht weiß, was er da machen soll. Das ist jetzt ein Laptop. Ja. Start von aus. Ach, ich wollte ja oben was machen, maaaan. Oh, fucker, Watten entpflanzen. Mein Handy vibriert grad wieder um. Er hat grad ne Sprache nachgeschickt. Oh nee, oder? Ja. Hör mal gleich mal anhören. Okay. Wow. Mal anhören, was er zu sagen hat. Wir sehen, dass er mal rausfliegt. Was ist denn das jetzt? Das ist eigentlich noch die alte Zeit. Warum fliegt er auf jeden mal raus? Ist ja ein bisschen mysteriös, ne? Ja. Ich würde mal sagen, der Laptop bleibt einfach zu warm meistens. Meinst du, liegt denn sein Läppi? Ja, bin ich der Meinung. Ich muss mal das mal anhören, was er hier oder hier. Also er sagt, der Laptop hat Probleme. Hallo, hallo. Ja, mal gucken, wie lange der jetzt mitmacht. Ja, wenn der nicht lange mitmacht, wenn der nicht startet, wenn der Rechner nochmal will. Ja, deswegen ist das nicht mehr das Neue. Das ist halt das Problem. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Deswegen sag ich ja, ich muss mir irgendwann mal einen neuen Laptop zulegen. Ja, schon. Ist schon recht. Ja. Also, um meine Frage nochmal neu zu formulieren. Also du pflanzt jetzt ja alles an. Ja, wenn du alles gewachsen hast, dann spielst du einfach bloß runter. Genau. Dann kannst du gut einsammeln und wieder neu anpflanzen. So, coole Sachen. Ja. Es gibt auch noch eine Farm, die ist noch komprimierter. Also das ist richtig kleine Farm dann. Mhm. Und mit der... Ach, fuck. Geht ja nicht raus. Äh, mit der, kann ich ja nicht raus. Da kannst du richtig schnell anbauen. Ne? Also, das ist mit mehreren Pistons und irgendwelchen Systemen. Das ist echt crazy. Also da muss ich mir nochmal genau angucken, wie das macht. Ja. Weil... Das ist schon der Doomser. Ja. Also damit kannst du richtig schnell anbauen. Das ist echt heavy geil, das Ding. Oh. Also, ach, ach so. Hast du gesehen? Ja, ich hab die hier unten mal... Ja, ich hab das. Ja, ja. Danke sehr. Hast du ihn gemacht? Du kriegst ein Bietchen für. Musst du 100.000 Gramm erstmal mitbringen erstmal. Arschloch. Das sagt man nicht. So, Stefan. Was ist denn jetzt mit dir hier? Du bist da hinten immer noch rum. Ja. Na, ich... Haare, Erz. Ist da unten jetzt halt tot, oder was? Nicht ganz. Ich muss da aber gleich wegrollen. Aber ich holt das ganze Erz, was ich unter dem Weg sehe.